Das Libretto ist der Text einer Oper, eines Oratoriums, einer Operette, eines Musicals oder einer Kantate. Im weiteren Sinne werden auch Szenarien für Ballette und Pantomimen gelegentlich als Libretti bezeichnet. Der Begriff taucht Anfang des 18. Jahrhunderts auf, wird aber erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wirklich üblich. Die literaturwissenschaftliche Forschungsdisziplin, die sich mit dem Libretto als literarischer Gattung beschäftigt, ist die Libretologie. Geschichte Die Geschichte des Libretos beginnt mit der Geschichte der Oper. Da diese aus dem Versuch heraus entstand, die antike Tragödie wieder zu beleben, ist sie ebenso sehr literarischen wie musikalischen Ursprungs. Entsprechend kam dem Opernlibretto bereits in der Frühzeit der Gattung eine Schlüsselrolle zu. Das Verhältnis von Musik und Text bzw. von Komponist und Libretist hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. In Frankreich und Italien waren bis ins 18. Jahrhundert hinein die Libretisten hochgeachtete Künstler, die ganz selbstverständlich als Dichter anerkannt wurden. Der bekannteste Repräsentant dieser Epoche ist Pietro Metastasio, dessen Libretien nicht nur von zahlreichen Komponisten teilweise mehrfach vertont wurden, sondern bisweilen auch als Sprechstücke auf die Theaterbühne kamen. Später treten die Libretisten in der Wahrnehmung des Publikums und der Forschung meist hinter die Komponisten zurück. Insbesondere seit der Zeit der Romantik gab es auch Komponisten, die ihre Libreti selbst verfassten, wie Z. B. Richard Wagner, Arrigo Beuto oder Hans Pfitzner. Solche Doppelbegabungen, die ein sprachlich und dramaturgisch schlüssiges Libretto schaffen und selbst musikalisch umsetzen, sind jedoch die Ausnahme. Eine länger andauernde Zusammenarbeit von Librettist und Komponist gab es Z. B. zwischen Lorenzo da Ponte und Wolfgang Amadeus Mozart, Eugene Scrib und Giacomo Mayer-Ber, Arrigo Beuto und Giuseppe Verdi. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts hat Hugo von Hofmannsthal durch seine gemeinsam mit Richard Strauss geschaffenen Werke beispielhaft gezeigt, wie sich librettistische Tätigkeit mit literarischem Anspruch verbinden lässt. Wichtige Librettisten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg waren etwa Weister New Auden, Chester Kallmann und Ingeborg Bachmann. Zeitgleich wurde die Literatur-Opera die Adaption von Werken des Sprechtheaters für die Opernbühne. Zu einem wichtigen Modell in diesem Bereich arbeiteten Librettisten wie Z. B. Klaus H., Henneberg oder Thomas Körner. Dass die Librettisten früher teilweise angesehener waren als ihre musikalischen Partner, ist an Form und Größe der beiden Namen auf den Theaterankündigungen ablesbar. Später schlug das Pendel nach der Seite der Komponisten aus in verkürzter Formulierung wurden und werden sie bis heute oft allein als Verfasser genannt. Andere Beispiele zeigen dagegen, dass eine gleichberechtigte Erwähnung von Autor und Musiker möglich ist und auch in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen kann. Z. B. Im englischsprachigen Raum der Mikado von Gilbert und Sullivan, Oklahoma, von Rogers und Hammerstein oder im deutschsprachigen Raum der Rosenkavalier von Strauss und Hofmannsthal. Struktur und Poetik Der Streit, ob in der Oper der Text oder die Musik der wichtigere Bestandteil ist, ist so alt wie die Oper selbst. Mozarts berühmtem Ausspruch bei einer Opera muss schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein, stehen viele gegenteilige Äußerungen entgegen. Sicher ist jedoch, dass ein genuines Libretto erst in Verbindung mit der Vertonung seine volle, auch literarische, Qualität entfaltet. Es muss daher einerseits der Musik Anregung, andererseits auch Raum bieten, weder darf sich das Wort zu sehr zurücknehmen noch in den Vordergrund drängen. Da gesungener Text zum einen schwerer verständlich ist als gesprochener, zum anderen mehr Zeit benötigt, weist das Libretto einen charakteristischen Wechsel aus Raffungen und Wiederholungen auf. Aus literarischer Sicht wirkt es oft weitschweifig pleonastisch und kargplakativ zugleich. Vergleiche zwischen Opern-Libretti und rein literarischen Bearbeitungen der zugrunde liegenden Stoffe zeigen, dass das Libretto zugunsten der musikalischen Realisierbarkeit Komplexität reduziert. Vielschichtige Charaktere werden zu Typen, komplizierte Entscheidungsfindungsprozesse zu Stimmungen, Tiraden zu Schlagworten. Die dadurch bewirkte Verkürzung der Handlung kommt der Musik zugute, die dadurch die benötigte Zeit zur Entfaltung erhält. Gleichzeitig bietet die im Drama undenkbare Zeitdehnung durch die Musik bis hin zum Zeitstillstand in Arien oder Ensemble-Tableaus die Möglichkeit, Stimmungen und Gefühlszustände ausführlich auszuloten. Die Handlung im Libretto verläuft dementsprechend nicht linear, sondern springt von einer Affektsituation zur nächsten. Rückwärts- und Vorwärtsbezüge, Referenzierungen nicht sichtbarer Handlung wie sie im Drama üblich sind entfallen in der Oper gänzlich. Diese idealtypische Struktur gilt weitgehend für das Opernlibretto des 17. bis 19. Jahrhunderts. Von Richard Wagner, der den Text mithilfe seiner Leitmotivtechnik mit einem dichten Netz nicht sprachlicher semantischer Zusammenhänge überzieht, wird sie zu weiten Teilen aufgehoben. Auch für die Literaturoper des 20. Jahrhunderts gilt sie nur noch bedingt. Untertitelung des 20. Jahrhunderts.